Die wollen uns das Auto streitig machen Benji. Ich war cleverer als er, uh uh. Siehste das war doch ein geiler Red. Drei Kills und der hat mir alle weggeklaut der Hund. Mach mal zum Dorf ja ne? Ja. Also unter dem Dorf. Penis! Penis, dopa! Ich guck mal vorne in das Haus. Oh, wollen Penis schon Oh machen? Ja, so ein Exfilhelm. Ah, okay. Hat einer ne Mini gefunden? Ja. Das arme Schwein. Ich hör dich laufen. Oh, ich hab schon wieder, aber heute ist bei mir Grizzly-Tag. Aber kein Seifentag bleibt. Ne, eine Seife brauch ich noch. Sonst liegt der Mist immer irgendwie überall rum, Seife ohne Ende. So, ich komm raus? Mhm. Wollen wir rüber zum Kleindurchbruch? Ja. Olli, grüß dich, herzlich willkommen. Ach, Olli, weil mir das Licht heute sozusagen sehr auf die Augen drückt und mir die Augen wehtun. Hatte ich vorhin probiert und dann war's, ach, es war richtig kacke. Dann hatte ich wieder gezackte Linien so im Auge und alles verschwommen. Da hab ich jetzt mal ein etwas bequemeres Licht angeschaltet. In der Lobbyphase sozusagen bin ich dann aber auch wieder da. Bloß hier drinnen strengt es mich dann doch zu sehr an. Und dann musste er doch schon ein bisschen mehr auch gucken und achten und so. Ich bin schon vor deinem Durchbruch, ja? Ach so. Er läuft noch. Mhm. Ich muss aufpassen, dass ich ja auch nicht an so einem Busch komme. Ich muss aufpassen, dass ich ja auch nicht an so einem Busch komme. Ich muss aufpassen, dass ich ja auch nicht an so einem Busch komme. Ich muss aufpassen, dass ich ja auch nicht an so einem Busch komme. sind im schuppen er hat ihn, hast du geschossen? ja, ich glaube ich habe ihn aber ganz so, ich muss doch mal wieder bei mir reingehen bloß kurz gucken, wer ihn hat boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot boom, headshot, man, ich sitze da und dann knallt da Benji mir den weg dafür möchte ich ihn eigentlich schon erschießen ich erschieße mal Klaus, ich erschieße mal einen völlig veranschen ja gut, er war gründlich das kannst du jetzt mal einsammeln, was er hat das war eine arme Sau, Level 4 ach, okay, dafür hat er sich eigentlich nicht verkehrt bewegt, sag ich mal etwas zu lang, aber naja, am Anfang, du musst ja erst überall reingucken, du musst alles kennen dann und so dauert ja alles länger, du musst ja, das Looten dauert länger ich geh mal in meine Hütte okay, wo wollen wir raus dann, nochmal neu rein ja, da schütten wir ja dann selber können wir mal kurz was trinken und zu essen rein da sitzt der Fressack ja, Metabolismus, sag ich mal ja das ist schon kacke, Metabolismus ist das einzige, was ich immer auf, oder was ich je auf Elite kriege alles andere, alles andere kannst du vergessen schon runter zum Zerbuten? ja, bin ich okay ich schaue nochmal einen kleinen Schlenker hier um die Bäumen stemmen zucker so, ich laufe jetzt Richtung Auto du kannst schon bezahlen, wenn du willst okay ich bin gleich da ich bin gleich da läufst du im Auto? ne die wollen uns das Auto streitig machen, wenn ich hier hast du eine Granate? ja, ich hab eine Granate was war'n das? meine Blendgranate jetzt klopper bist du? ich bin hier drüben ich würde mal rüber pushen, oder? aber ich muss erstmal Mech wechseln dann nehmen wir eher so Richtung Hütte hoch wieder ja du rennst? das ist mehr okay du bist so Richtung Bushaltestelle, oder? genau weißt du die Situation jetzt, oder? ey die kommt doch hier geschlichen, Benji wo? auf der Straße? ne ne ich hab's doch hier knirscheln gehört ich bin mal kurz gelaufen links und rechts du hast die Straße im Blick? ja jetzt rennt jemand läufst du langsam? ich bin grad hier laufen, ja warte läufst du? ich bin kurz gelaufen, ja ich bin kurz gelaufen, ja Angst, dass du uns umzingeln möchtest, oder? ja und mal irgendwann von hinten kommen ja, einer ist ja vorne noch gelaufen und jetzt noch? ja kack Situation ich hab nur einen laufen gehört ich muss gleich mal gucken, ob wir einen mit der Kanade zerrissen haben vielleicht ist auch der andere weggerannt hier rennt was? ich hab was gehört warte, guck mal da hast du den? ne hat er dich? nein der ist noch gelebt wir leben beide noch au nein ich muss nachladen ich hab ihn aber ordentlich in den reingepresselt ich bin tot ich hab seinen late aber da muss ja zwischen uns gewesen auch noch der Mau tun ja alles klar Mist oh scheiße ich bin auf dem Haustaste gekommen beim Rollen ach nee das ist ja ärgerlich das ist ja ärgerlich jetzt weiß er wo ich bin jetzt weiß er wo ich bin mhm ok jetzt schieß es rein noch mal ok 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 den habe ich aber eine gedrückt erledigt naja es war ein anderer glaube ich der hat auf den davon geschossen aber den habe ich nicht gesehen bin ich hier hinten rum habe ich ja anderen schleichen sehen wenn das zu platten glaube ich aber lag da lag jedenfalls einer dann mit was hat er dich eigentlich erschossen benji mit bmg-slack für die schrottflinder ach so der hat eine schrottflinde gehabt thomas danke dass du da warst wünscht dir noch einen schönen urlaub also einen von die davon hinten auf mich geschossen hat das ist der den du als erstes abgeknallt das ja ollie das weiß ich halt das ist halt meine vermutung aber die zeit nicht sicher ich habe ihn ja stöhnen gehört er hat ja ein paar treffer gekriegt aber ob er ihn umgebracht hat weiß ich nicht jetzt habe ich doch hier was gehört was Das war's. Wir holen mal ein bisschen aus. Wir müssen einfach die Zeit achten, 11 Minuten machen. Wir holen mal ein bisschen. 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 Geil wär's ja, wenn man ihn jetzt von hinten erwischen könnte. Das wäre super, wenn der da noch hängt. Das dumm ist natürlich wieder. Ich muss mich wieder entscheiden, zwischen langsamem Laufen und leichtem Ziel zu sein. Ich muss gucken, dass das Auto aktiviert. Jetzt muss es alles oder nichts, weil zum Outscourt schaffe ich's jetzt nicht mehr, glaube ich, in 10 Minuten. Da läuft er zum Auto. Cool. Okay. Ahi. Ok. Ahi. mos Ja, ja, Uli, jetzt wird es lustig. Ich war cleverer als er. Uh, uh. Schnell bezahlen. Ne, ich will erstmal hier noch schön looten. Hier liegen zwei Mann, die ich looten muss. Ludo-Wig, Junge, ich bin Ludo-Wig. Das Auto fährt dann nicht weg, ne? Das Auto fährt dann nicht weg, nö, nö, nö. Das stimmt ja. Ach, der hat ja schon seinen Kameraden abgezogen. Aber sehr in Ruhe. Ja. So, warte, dann können wir nochmal schnell zu dem hier hinten gucken. Der Hurensohn hat mir den auch weggelootet. Oh, sorry für den Ausdruck. Wow. Denke mal, das war mein Kill. Ne, das, ne, Uli, das ist halt das Gute an der Sache. Das Auto bleibt noch. Sobald der bezahlte Tod ist, sagt sich der Pfarrer, hey, neue Kundschaft. Jetzt hab ich den Ex-Fill-Hand-Benji. Der hat halt immer geklaut, die Ratter. Ja. Das ist gar nicht erst mal schön. Aber das wurde ja mit der Schrufe hinterher ist, ja. Das sind die Ratter, das ist geil. Die Weste nehme ich mit. Mhm. Das ist geil. Oh, Abdolpos, Abdolpos. Hier hat er das Zeug seines Brotens. Was hat er? Eine Klohauter. Das ist deiner. AKM, ja. Achso, okay. Warte, dann schmeiß ich ihn mal raus. Ach, der braucht auch. Ach, braucht auch. Braucht er noch mehr Platz, aber. soll ich sie liegen lassen, dann kriegst sie ja wieder wenn du jetzt eh mit dem auto wegfährst, sechs minuten kommt der kinder mal hin so, dann wird hier erstmal schön umgelagert auf dem teilen, auch nicht sowas alles versilbert so, das war es jetzt habe ich habe ich seine Marke eigentlich genommen ja, Level 24 warum hast du jetzt den Schalter im Vorbruch abgebaut von ihm? weil ich ihn verkaufe warte, das ist meiner ach so aber scheißegal das ist meine Knarre, ja ach so aber ist scheißegal dann komm ich es wieder dran ich schmeiß ihn hin das kommt er wieder mit raus ach so ach die ich dachte die andere kniffte war da einer ey warte andere kniffte bist kann man nicht mehr auseinander bauen naja und jetzt sonst hätte ich vorhin noch den Mündungsfeuer Dämpfer abgebaut ja ich hätte dich auch machen können Olli das stimmt siehst du das war doch ein geiler Rät drei Kills und der hat mir alle weggeklaut der Hund hat mir meine ganzen Machen streitig gemacht das stimmt wie sie da sind das stimmt die das stimmt die nicht mehr ich ja ich mache Vielen Dank.